Hallo zusammen, willkommen zu Panvis Relux, unsere Weihnachtsepisode. Genau, letztes Mal dieses Jahr zu Weihnachten, deswegen auch diese lustige Dekoration. Nicht erschrecken, wir finden uns hier am Schnee treiben, wobei tatsächlich, wenn wir tatsächlich realistisch rausgucken, es hat ein bisschen aufgehört, aber ansonsten hatten wir die letzten Tage hier richtig schönes Winterwetter, das leider gestern ein bisschen zu Eisregen umgeschlagen hat, was es so ein bisschen kritisch gemacht hat hier, sich mit dem Auto oder auch zu Fuß vorzubewegen. Ja, ansonsten schön weihnachtlich, schön adventlich und heute ist Episode Nummer 17 und heute geht es um Plan mit Etagen. Genau, Etagen, was kann man alles mit Etagen im Relux machen, ist vielleicht nicht so neu für viele, ist schon länger auch drin, aber wir haben das Gefühl, dass es mal noch Sinn ist, nochmal die Gesamtheit, was alles so geht mit Etagen nochmal abzuholen. Das mal wieder genau mal wieder in den Vordergrund zu holen, auch ein bisschen einfach die Möglichkeit, die man hat und auch vielleicht eben einfach ein bisschen auch zu inspirieren, was man damit machen kann. Vielleicht taucht auch die eine oder andere Frage am Schluss auf, wo jemand sich für irgendwas interessiert. Ja, es ist wieder so ein bisschen mehr Praxis, wir haben da wenig Theorie, also Theorie ist auch schneller gesagt, wir haben halt die Möglichkeit in Relux halt Räume zu Etagen zusammenzubinden und verschiedene Etagen anzulegen in einer Hierarchie, also Gebäude, Etage, Raum und das kann man im Relux relativ gut machen und man kriegt dann auch eine Übersicht über die Gesamtetage. Die ist gar nicht so schlecht und die kennen leider nicht alle. Es ist natürlich so, dass wir in der Lichtplanung letzten Endes immer Räume planen, ich habe immer, meine Profile sind normalerweise an einen Raum angebunden, so ist das zentrale Moment immer, ich habe ein Büro, ein Büro hat halt die Anforderungen, die ein Büro braucht und ein Flur hat eben andere Anforderungen und demwegen ist das quasi immer die unterste Ebene. Historisch gesehen hatten wir auch in den ersten Versionen vom Relux, konnte man pro Projekt auch nur einen Raum in einem Projekt planen. Das wurde dann irgendwann mal erweitert auf mehrere Räume und dann eben irgendwann mal auf die Möglichkeit, um ganze Etagen und dann mit mehreren Etagen gewissermaßen auch ganze Gebäude planen zu können. Ja, das macht aber auch durchaus Sinn, weil viele von uns haben natürlich mehrere Räume, die man betrachten muss. Nicht unbedingt alle, das ist auch so ein Novum, dass man alle Räume macht, man macht so gefühlt 10, 20 Prozent, den Rest extrapoliert man, je nachdem wie sich die Räume auch wiederholen, wie viel sich dann gleich verhält. Dennoch haben wir jetzt relativ viele auch Kunden, die mit wirklich komplette Gebäude, also mit Projekten mit über 100 Räumen und so etwas machen. Das wird auch in der Zukunft noch ein bisschen eine Challenge sein. Hier eine bessere, ich will jetzt nicht mal unbedingt sagen Performance, aber einfach, dass das Handling mit solchen großen Projekten, mit so großen Stückzahlen, mit Räumen, was die Ausgaben dann anbelangt und auch das Bedienen innerhalb des Programmes, da wird mit Sicherheit auch in der näheren Zukunft eigentlich eine Challenge für uns sein, unser Programm weiter zu optimieren, dass das besser funktioniert oder dass man da besser auch Projekte mit diesen Stückzahlen bearbeiten und handeln kann. Ja, da werden wir mehr tun. Man hat jetzt schon ein paar Werkzeuge, wie so ein Excel-Export, auch über das gesamte Gebäude mit jedem Raum, aber das kann man noch besser machen und auch die Übersicht und den Zugriff auf die einzelnen Räume, die müssen wir auch noch verbessern. Wir haben da viele Ideen und die gehen wir dann nächstes Jahr auch an, peu a peu und machen da sozusagen auch die Raumkontrolle global etwas besser als der heute ist. Okay, ansonsten ist es halt mehr mit Zeigen heute wieder, weniger reden, mehr zeigen, was ja glaube ich gut ist und da fangen wir einfach mal an. Ja, das würde ich doch sagen können. Trag mal den Räume wieder und wechsle auf ein leeres Projekt, das habe ich jetzt gerade gar kein... Dann machen wir eins auf. Nicht verwundern, wir machen mal ein neues Projekt auf. Moment, ich muss gerade schnell kurz hier. Kurz einfach ein leeres Projekt will ich anfangen. Wir haben ja ein paar Projekte schon aufgemacht. Nicht wundern, dass der einfach nachher ein bisschen flüssiger funktioniert. Und ich möchte ganz zu Beginn mal vielleicht damit anfangen, wenn ich jetzt normalerweise in den meisten Fällen, wenn man mit Etagen oder so etwas plant, wird man wahrscheinlich immer über den Weg gehen, dass man hier einen CAD-Plan als Grundlage hat oder eben, wenn es noch ein bisschen weiter geht, Revit. Auch das werden wir alles nachher ein bisschen zeigen. Aber ich möchte jetzt einfach mal vom Ausgehen vom Standard-Workflow, wenn ich jetzt anfange in den Innenraum zu machen, ich mache jetzt einfach nur unseren ganz normalen Standard-Innenraum. Und ich möchte jetzt aber gern mehrere Räume anlegen und in der Etage damit arbeiten können. Dann wäre jetzt eigentlich ausgehend von dieser Situation die erste Methode. Ich gehe über das Menü Einfügen. Ich merke gerade, ich möchte meinen Maus-Highlight wieder drin haben, sodass ihr besser seht, wo ich mich gerade befinde. Ich gehe dann auf hier beim Einfügen. Unter Szenen kann ich jetzt natürlich zunächst mal weitere Szenen meinem Projekt hinzufügen. Ich kann aber auch hingehen und hier einfach so sagen, ich packe jetzt mal ein Stop-Werk mit dazu. Da komme ich dann jetzt gleich, da kommt dann so eine nette Message-Box, die relativ wichtig ist, dass man das einfach sich verinnerlicht, dass wir im Prinzip mit zwei verschiedenen Ansichten arbeiten. Wir haben einmal eine Stockwerksansicht und wir haben die Raumansicht. Und bestimmte Aktionen sind nur in der Raumansicht, also beispielsweise das Platzieren, Verschieben von Leuchten, Objekten, Möbeln und sonstigen Sachen, ist nur in der Raumansicht möglich. Währenddessen in der Stockwerksansicht habe ich die Übersicht über das gesamte Stockwerk und die darin enthaltenen Räume. Ich kann auch nur dann die Räume dann verschieben. Das ist einfach nur so ein Hinweis. Kann man sich dann, wenn man es mal zweimal gelesen hat, irgendwann mal hier wegklicken, dass man diese Meldung nicht mehr sieht. Wenn ich jetzt hier oben in diesem oberen Bereich, kann ich jetzt, bin ich momentan gerade in der Raumansicht, ich kann jetzt aber hier auf die Stockwerksübersicht wechseln und ich sehe jetzt, habe hier ein Stockwerk mit einem Raum. Das ist jetzt noch nicht sehr spannend, deswegen gehe ich jetzt als nächsten Schritt hin und tue einfach mal noch einen zweiten Raum hinzufügen. Einen L-Raum, dass man hier einfach den Übersicht sehen. Und was jetzt hier natürlich, wenn ich die einfach nur so einfüge, liegen die natürlich zunächst mal einfach übereinander. Und ich muss jetzt hingehen und diesen Raum so ein bisschen irgendwo hin verschieben, wo ich ihn haben möchte. Ich wechsle mal in die 3D-Ansicht, sodass man das dann auch hier ein bisschen sehen kann. Und ich kann den Raum jetzt genauso verschieben, so wie ich eben auch im Raum Objekte leuchten oder Ähnliches verschiebe. Und dann wäre jetzt das hier gewissermaßen mein erstes Stockwerk. Ich glaube, man muss ihn nicht verschieben, aber sieht einfach besser aus. In der Stockwerksansicht. Also in der Stockwerksansicht möchte ich, habe ich normalerweise in die Räume ja nicht ineinander drin oder so etwas. Das wäre jetzt lichttechnisch nicht falsch, wenn die alle aufeinander liegen. Also die würden auch in dem Raum selber funktionieren, aber die Darstellung auf dem Stockwerk ist ja furchtbar. Also rechentechnisch würden sie funktionieren, sie würden sich jetzt nicht gegenseitig beeinflussen. Also das ist auch noch etwas, die Räume untereinander tauschen jetzt derzeit noch kein Licht untereinander aus. Also wenn ich jetzt gewissermaßen Raum A habe mit einem Fenster in Raum B und ich möchte untersuchen, welches Licht, wie geht das Licht von Raum A in Raum B über. Aber das kann man in Relux lösen, wäre jetzt aber hier auf dieser Ebene eigentlich nicht möglich. Da muss man dann eine Szene machen und halt nicht verschiedene Szenen. Also die Szenengrenze sozusagen ist dann wirklich auch die lichttechnische Grenze. Und da könnte man jetzt mehrere Räume in eine Szene mit Trennwänden reinbasteln. Aber wir zeigen jetzt mal den klassischen Weg, weil jeder Raum für sich ist auch eine abgetrennte lichttechnische Einheit. Und was man dann hier aber auch machen kann, ich bin jetzt hier wieder in der Stockwerksansicht. Stockwerk, ich kann jetzt ein ganzes Stockwerk beispielsweise duplizieren. Ich habe dann dementsprechend die Räume, wurden jetzt hier eben als Kopien umbenannt. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jetzt den Raum von einem Stockwerk in das andere Stockwerk zu verschieben. Jetzt habe ich hier in diesem Stockwerk zwar immer noch einen Raum drin. Wenn ich wieder auf Stockwerk 1 gehe, habe ich 3. Durch das, dass ich jetzt hier natürlich diesen Raum hier, Moment, wenn wir gerade jetzt verschieben gehen, habe den jetzt natürlich, da ich eine Kopie gemacht habe, war der genau auf der gleichen Position. Ich muss ihn jetzt dann wieder optisch wieder sicher werden. Dann kann ich ihn jetzt hier wieder entsprechend verschieben. Ich kann auch Räume wieder komplett aus den Stockwerken rauswerfen. Was auch sehr interessant ist, ist jetzt beispielsweise, ich kann zu meinen Stockwerken, zu meinen Räumen beispielsweise auch als einfach noch einen Außenbereich beispielsweise hinzufügen, der dann, jetzt, das ist jetzt hier falsch, ich muss ihn hier rausziehen. Das wäre jetzt so beispielsweise, ich habe jetzt ein Gebäude mit zwei Stockwerken. Und dazu angelehnt vielleicht noch einen Außenbereich, wo ich jetzt vielleicht noch einen Parkplatz oder irgendetwas, was eben auch mit zu diesem Projekt gehören würde. Das hier aber jetzt mal nur einfach, um zu zeigen, hier die Grundelemente, die beiden wesentlichen Sachen, dass man hier eben zwischen der Stockwerksansicht und der Raumansicht umschalten kann. Hier vielleicht jetzt mal noch kurz, das wollte ich noch schnell kurz zeigen, wenn ich jetzt hier in die Raumansicht gehe von diesem Objekt und hier einen Würfel beispielsweise einfüge, einen Quader einfüge, dann kann ich den jetzt hier in dieser Ansicht, kann ich ihn verschieben. Wenn ich jetzt aber wieder in der Stockwerksansicht bin, sehe ich den zwar, aber ich kann ihn hier nicht anwählen, verschieben oder sonst so etwas zu machen. Wird vielleicht mal in Zukunft gehen, dass man auch in dieser Ansicht bearbeiten kann, aber bei unserem aktuellen Geometrie-Modell ist leider derzeit noch nicht möglich. Ja, verwirrend vielleicht. Jetzt kommen wir aber zu dem eher realistisch-praktischen Fall, mit dem wohl die meisten eher dann, wenn sie mit Stockwerken, Gebäuden arbeiten, ich schließe jetzt mal dieses Projekt und wollen. Die meisten haben halt einen CAD-Plan, also wenn sozusagen Stockwerk anlegt, dann hat man meistens einen Grundriss, das ist meistens ein CAD-Plan oder eine PDF. Nochmal zur Erinnerung, man kann bei uns auch eine PDF hineinwerfen mit dem Button Innenraum mit CAD. Wenn man dann eine PDF sich auszustatten in DWG, kommt so ein kleiner Konvertierungsschritt dazwischen und dann hat man seinen Grundriss sozusagen am Ende dieser Kette. Und den Grundriss, da macht es natürlich Sinn, auch die Räume in dem Grundriss sozusagen nachzuvollziehen. Man muss auch nicht den gesamten Grundriss nachbauen, man bringt sich aus dem Grundriss die Räume raus, die man berechnen möchte. Und die werden dann quasi passend auf dem Grundriss dann dargestellt und auch dann in der Ausgabe, die wird auch in der DWG-Exports-Option wiederum, dann auch wieder passend auf dem Grundriss halt dargestellt. Das ist, glaube ich, ein sehr elementares Feature, was man da hat und das ist auch gängige Praxis. Ja, dann zeigen wir das mal. Also und hier habe ich dann eben die Möglichkeit, eben hier war es im Plan, ich mache jetzt Innenraum mit CAD-Plänen, parallel, genau nach dem gleichen Schema funktioniert auch Innenraum mit Hintergrundbild. Und hier die übliche Dialogmaske für die Projekteingaben. Und hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, dass ich mich eben hier, muss ich mich gleich jetzt entscheiden, ob ich jetzt aus diesem Plan, den ich importiere, Einzelräume erzeugen möchte oder Stockwerke erzeugen möchte. Hier sollte ich jetzt natürlich für unser, da wir das Plan mit Stockwerken zeigen wollen, natürlich hier dran denken, hier auf Stockwerk umzuschalten. Und im nächsten Schritt laufe ich dann durch den Importprozess von dem DWG-Plan. Ich wähle die DWG-Datei aus. Hier hätte ich jetzt auch die Möglichkeit, neben DWG, DXF eben auch eine PDF-Datei. Dann würde nochmal ein Zwischenschritt kommen, der mir für diese Konvertierung, was der Robert gerade eben erzählt hat. Und ich springe dann weiter in den nächsten Dialog. Hier sieht man eine kleine Vorschau vom DWG-Plan. Hier hat man dann noch bestimmte Einstellmöglichkeiten, falls man dann nach der Skalierung des Planes, einstellen muss, also die Zeichnungseinheiten, mit denen der Plan gezeichnet worden ist. Man kann notfalls auch noch die Drehung des Planes beeinflussen, beziehungsweise auch den Einfügepunkt im Plan setzen. Im nächsten Schritt fertigstellen, kriege ich jetzt den Plan, ich muss ein bisschen scrollen, dass man ihn sieht, diesen kompletten Plan, das erste OG von dieser Schule ist es, glaube ich, die Schule ist eine gute Schule, angezeigt und kann nun anfangen, die Räume zu erfassen, indem ich sie, je nachdem, Moment, ich muss hier noch schnell, da bietet es sich jetzt an, das Fangraster auszuschalten und kann jetzt hier mit dem CAD-Fang, ich denke, das kennen die meisten, hier die Ecken im DWG-Plan fangen. Immer wenn es diesen roten Punkt wird, setze ich da einen entsprechenden Punkt. Da noch hin, da noch hin, da noch hin und einen ganz da hinten. So, aus jeder Raumecke einen Punkt. Einen Punkt und dann, wenn ich jetzt fertig bin, das war jetzt der letzte Punkt, den ich gezeichnet habe, man sieht es jetzt hier, gibt es im Prinzip, kann ich am letzten Punkt einen Doppelklick machen, ich empfehle aber immer hier, das sieht man jetzt nicht, ich drücke einfach die Return-Taste oder die Enter-Taste auf der Tastatur, um den Zeichenbefehl abzuschließen und ich habe nun, ich zeige es mir kurz dreidimensional, ich habe jetzt nun diesen Raum hier auf meinem CAD-Plan erfasst. Und auf dem Stockwerk. Und auf dem Stockwerk. Ich habe auch die Alternative, ich wechsle mal wieder den Grundriss zurück. In diesem Plan sind jetzt beispielsweise, gibt es hier über dem Befehl ein Befehl, eine Konstruktionshilfe aus CAD-Plan. Da wähle ich jetzt den Innenraum an und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine geschlossene CAD, eine CAD, Moment, woher sieht die hier, diese hier, das ist eine geschlossene Polylinie, die diese Raumkontur eigentlich schon beschreibt. Wenn das in dem Plan schon drin ist, kann ich relativ einfach hingehen, das ist jetzt selektiert, mir wird es vielleicht relativ schlecht sehen bei der Übertragung, das ist jetzt gelb hinterlegt. Ich drücke wieder die Ender-Taste. Jetzt ist es schwarz. Und jetzt ist es schwarz und fertig ist mein Raum. Also das ist auch eine sehr große Hilfe, wenn das drin ist. Es funktioniert auch durch die Mehrfachanwahl von einzelnen Linien. Die müssen auch geschlossen sein, ne? Ne, sie können auch offen sein. Also du kannst schon ein Richtig mit vier, mit vier. Das ist allerdings ein bisschen, gerade bei so in realistischen Plänen, manchmal so ein bisschen schwierig, das zu machen. Für Leute, die jetzt aber sehr fit mit AutoCAD sind und ein AutoCAD oder ein AutoCAD-LT zur Verfügung stehen haben, bietet es sich vielleicht unter Umständen an, auf einem separaten Layer einfach diese Raumkonturen im AutoCAD schon zu zeichnen. Dort hat man ein bisschen bessere Zeichnungsmöglichkeiten, wie jetzt hier bei uns. Das ist rein Geschmackssache. Oder man gibt es gleich als Auftrag an den Architekten oder derjenige, der diese Pläne, eigentlich von dem der Plan kommt, bitte machen wir einen Layer und zeichnen wir die Räume da als geschlossene Polylinien ein. Dann hat man es sehr leicht, um einfach diese ganzen Pläne zu erfassen. Wir tun jetzt hier auch nur an diesem Beispiel, wollten eigentlich hier mal nur kurz schnell zeigen, wie das dann aussieht, wenn ich jetzt quasi basierend auf so einem Plan Räume erfasse. Hier, was jetzt hier noch wichtig ist, ist die Frage, wenn ich ein zweites Stoppwerk mit drin haben möchte, welchen Weg gehe ich jetzt, wie kriege ich jetzt einen zweiten Plan rein? Diesen ersten Plan haben wir bei Projektbeginn hinzugefügt. Wenn ich jetzt noch ein zweites Stoppwerk meinem Projekt hinzufügen möchte, dann gehe ich wieder hier auf das Einfügen, das, was ich gerade vorhin schon gemacht habe. Hier bei Szenen finde ich eben auch die Möglichkeit, ein Stoppwerk einzufügen. Wieder mit diesem Hinweis. Und wenn ich jetzt hier auf dem Stoppwerk selber bin, gehe ich einfach hin und wähle jetzt als ersten Befehl wieder den CAD-Plan an und wähle mir dann einfach einen zusätzlichen Plan an. In unserem Beispiel jetzt eben das OB2 von diesem Schulgebäude. Und dann wieder im Prinzip der gleiche Prozess in grün. Ich bin jetzt hier ein bisschen unglücklich. Gehe jetzt hier wieder ins 2D rein. Und kann dann... Du bist immer noch auf dem ersten Stopp. Sieht zumindest aus, weil die Räume sind irgendwie markiert. Ja. Ja, jetzt bist du im zweiten. Jetzt bist du im zweiten Stock. Okay. Das sieht man jetzt, dass es jetzt ein anderer Plan ist. Und ich gehe jetzt mal hin und hole jetzt eben hier auch dann quasi hier nochmal... Das muss ich hier wieder das Fangraster abschalten. Das ist jetzt defaultmäßig wieder eingeschaltet. Und ich erfasse nun... Hier eben. Ja, also selbe Spiel. Hier auch die Polylinien lassen sich wieder greifen, wenn Polylinien vorhanden sind. Und so nehme ich halt die Räume, die raus, die mich interessieren. Oder halt alle. Wenn ich fleißig bin, kann man auch alle Räume machen. Aber ja, wie gesagt, Praxis ist, dass man die Räume sich rausnimmt, die man auch berechnen möchte. Also der Kurs hat sich nicht richtig verändert. Jetzt hat sich der Kurs... Man sieht natürlich an dem Kursor sozusagen, ob er jetzt hier die Polylinie greifen möchte. Das ist ein sehr schöner Plan, was ich dann angucke. Zweite Etage. Zweite Etage. Das Ganze dann so aus. Und so kann ich das eben für das gesamte Stockwerk dann machen. Zeigen wir mal das Ganze, wie es dann aussieht, wenn es vollständig ist. Für die Ausgaben haben wir schon mal was vorbereitet. Dann muss ich mal gucken. Das ist jetzt das hier. Da haben wir jetzt... Da sieht man jetzt auf der linken Seite ganz gut. Hier haben wir jetzt mal eine ganze Menge an Räumen gemacht. Ein bisschen Arbeit ist noch ein bisschen, die Räume dann zu benennen und die Profile zuzuweisen und so weiter. Das ist immer noch Arbeit, auch wenn man die Polylinie sich greifen kann. Und hier haben wir auch ein paar Räume mit Leuchten versehen und haben die auch mal durchgerechnet. Und dann haben wir halt auch was Besonderes. Wenn man sich die Mühe macht, das auf eine Etage... Also erstmal sieht man jetzt hier sehr schön, wie man halt... Wie auch im berechneten Zustand die Leuchten dann auch wirken. Sie sind ja nicht alle Räume berechnet. Das sieht man auch ganz gut. Ein paar sind berechnet, ein paar nicht. Und die, die berechnet sind, die werfen dann auch eine Leuchtdichte auf die Raumbegrenzung. Also man sieht ein bisschen Licht. Und ja, nicht erschrecken hier. Die Fluche sind halt einfach dunkler als jetzt hier die Arbeitsräume. Gerade in der Schule, da hat man relativ hohe Beleuchtungsstärken auch. Und ja, man kann sozusagen sich hier dann einen Überblick über die Etage sozusagen ansehen. Die kann man auch ausgeben, diese Etagenansicht in 3D. Wem es gefällt, ist jetzt ein bisschen eine Übersichtsfrage. Also man kriegt dann sozusagen mit, was ist erledigt, was nicht. Das ist im Prinzip aus planerischer Sicht eine ganz lustige Überlegung, weil wir hier eine Perspektive haben, die man als Mensch eigentlich in der Regel nie haben wird. Als Laie wird man das angucken und so ein bisschen denken, oh, der Flur da drüben ist aber dunkel, da ist zu wenig Licht drin oder so irgendwas, weil einfach im Verhältnis. Aber wir haben halt einfach im Flur 100 Lux, im Büro ist 500 Lux, das ist Faktor 1 zu 5, dunkler und heller. In Realität ist es natürlich so, dass unser Auge immer auf die Beleuchtungsstärken adaptiert und das nie so wahrnehmen wird, dass das eine extrem viel heller oder dunkler ist. Dafür machen wir halt aber Lichtplanung. Dann eben besonders spannend ist dabei eben hier, gerade wenn man jetzt mit solchen Stockwerken arbeitet, dass wir hier eine Ausgabe auf der linken Seite haben, das ist die Stockwerksübersicht. Und wenn ich jetzt Räume habe, also so ganze Etagen habe, wo die Räumen, wo auch die Räumen Nutzungsprofile zugewiesen bekommen haben, dann kann man jetzt hier gewissermaßen schön in dieser Übersicht sehen. Ich habe die grün, also die weiß gefüllten Flächen sind einfach noch nicht berechnet. Die grün gefüllten Flächen, da sind die Sollwerte erfüllt, also ist berechnet und die Sollwerte gefüllt und bei den roten sind die Sollwerte nicht erfüllt. Man kriegt das dann auch unten, wenn man da ein bisschen runter scrollt, dann für die einzelnen Räume, für die einzelnen Räume hier eben entsprechend dann mit angezeigt. Die mittleren Beleuchtungsstärken, einfach, dass man da wirklich eine effiziente Übersicht hat, wo man dann auch sofort sieht, wo man sich befindet, welche Werte dort zu erreichen sind, wie viele Leuchten, dass dort in den Räumen installiert sind, die installierten Leistungen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr hilfreich. Hier sieht man jetzt beispielsweise, hier haben wir jetzt eben beispielsweise zwei Räume, die wir jetzt noch nicht berechnet haben. Die bleiben dann entsprechend natürlich leer. Ja, das ist das Geschenk, was man bekommt, wenn man sich mit Stockwerksgeschichten beschäftigt und auch natürlich macht diese Übersicht, Gesamtübersicht auch mehr Spaß, wenn man alle Räume erfasst hat. Wie gesagt, ist halt nicht gängige Praxis, aber man kriegt diese Übersicht auch, wenn man nur fünf Räume von der gesamten Etage dargestellt bekommt und man sieht dann auf einen Schlag, wo muss ich noch was tun als Planer, wo habe ich schon alles erreicht? Und natürlich muss man auch dann die Profile hinterlegen, also dass man dann sich das 12464-Profil heraussucht, sich aus unserer Liste und dann halt dann auch den Räumen zuweist. Das ist halt noch ein bisschen manuelle Arbeit, die man da tun muss. Ansonsten ist dann die Übersicht da, die kann man auch ausdrucken, das ist ganz normal in den Ausgabe-Elementen mit drin und dann muss man sich gut überlegen, was man halt von jedem Raum nochmal ausgibt in der Ausgabe. Das kann dann auch, wenn man das Gesamtgebäude macht, dann relativ viel werden. So Faustformen, was ich immer gemacht habe, war eine Seite pro Raum nochmal mit einer Übersicht und dann ist das eigentlich auch gut. Außer man hat jetzt irgendwelche Spezialitäten, die man gerne zeigen möchte. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Gesamtüberblick, was so geht mit Stockwerten. Wir wollten nochmal zeigen, was mit Revit so geht. Ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen aus planischer Sicht das Spannendste, also was heißt das Spannendste? Das ist schon halt ein Bauwerk. Da hat man halt eben, man kann da eben, sage ich mal, die Arbeit, die sich andere Leute in anderer Zeit zu einer anderen Stelle gemacht haben, sehr gut ausnutzen. Ich mache das mal hier schnell kurz, die Sachen. So viel wollte ich jetzt nicht zumachen. Wo ist mein Revit? Da ist mein Revit. Wir haben hier in Revit, haben wir schon in anderen Episoden als ab und zu mal gesehen, das ist unser Mustergebäude, Beispielgebäude von der Schule, was beim Revit immer so als Beispielprojekt, aber es ist eigentlich ideal geeignet, um gerade solche Sachen einfach zeigen zu können. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn so eine Planung vorliegt, so ein BIM-Gebäude vorliegt, dass man es hier eben sehr viel einfacher hat, eben sich diese Stockwerke und Etagenplanungen eben ohne größeren Aufwand anlegen zu können. Man hat hier sogar noch in Revit auch einige Vorteile, die momentan sogar im Relux-Desktop noch fehlen, wo wir noch dran sind, die zu arbeiten. Das ist dieser sogenannte Raummanager. Und gerade bei so einer großen Stückzahl von Räumen ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt quasi allen Räumen beispielsweise ein Nutzungsprofil zuzusetzen. Und hier kann ich jetzt einfach, sage ich mal, einen Filter setzen. Instruction. Instruction kann die dann quasi auf meiner ersten Etage anwählen, kann sie auch noch auf meiner zweiten Etage anwählen. Das sieht man jetzt nicht. Ich habe es gerade vorhin beim Üben mal der ersten Etage schon was zugewiesen gehabt. Und ich kann jetzt nun all diesen Räumen sagen, hingehen, das ist jetzt eine Schule, also irgendwie educational. Und dann Classroom. Auch hier ist schon die neue Norm. Bleiben wir auch hier. Das ist vielleicht auch noch, stimmt, das war auch noch ein Grund, was wir zeigen wollten, dass hier mittlerweile auch im Relux-Cat4 Revit mittlerweile die neue Norm, die man eben auch mit Grund diesen Begründungen. Ist auch jetzt nicht neu. Das haben wir parallel mit der Desktop-Variante kam dann auch die Revit-Variante, das kam kurz oder zeitgleich raus sozusagen. Aber das Spannende ist jetzt einfach, ich habe das jetzt all diesen Räumen eben dieses Nutzungsprofil zu propagiert. Und ich kann nun ausgehend jetzt von dieser Planung dann im nächsten Schritt, wenn ich hier in Relux bin und ich mache hier einen Export. Kann man das Profil mit exportieren? Dann wird auch das Profil mit exportiert. Und hier auf dieser Exportseite habe ich jetzt die Möglichkeit, ich wähle jetzt alle ab und sage, ich möchte komplettes Stockwerk 1 und Stockwerk 2 exportiert haben. Ich kann natürlich auch nur einzelne Räume, das ist jetzt das Thema wieder, was Robert gerade vorhin erwähnt hat. Wenn ich jetzt, es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, wenn ich ein Schulgebäude mit, wo 50 Mal der gleiche Klassenraum drin ist, den jedes Mal zu transportieren und rechnen und so etwas, kann man natürlich da auch nur eins gezielt, einzelne Räume übernehmen, die man dann verweisen möchte. Aber man hat auf jeden Fall hier die Möglichkeit, das ist jetzt hier einfach noch sehr viele Einstellmöglichkeiten und dann auf Export drücken und das Ganze dann exportieren lassen. Das braucht ein bisschen Zeit, aus dem Grund, also Zeit für dieses Projekt in dieser Größenordnung dauert es so zwei bis drei Minuten. Man kann unten auch zugucken. Man kann unten auch zugucken. Es ist ein bisschen, aber auch zwei bis drei Minuten ist jetzt ein bisschen zu viel Zeit für uns heute hier in diesem Rahmen. Und aus dem Grund zeigen wir uns einfach mal schnell kurz hier das Ergebnis. Wir haben jetzt da diese beiden Stockwerke, die hier in Relux exportiert worden sind. Je nach den Einstellungen, die ich gewählt habe, kriege ich auch Elemente natürlich mit exportiert, wie jetzt die Türen, Säulen. Das kann ich beim Export ein bisschen steuern, ob ich dann auch Möbel mit drin haben möchte, wie jetzt hier hinten ist diese Cafeteria, wo dann auch die Möbel mit exportiert worden sind. Und was natürlich einfach die extrem spannende Sache ist, ich habe da gewissermaßen keine zusätzliche Arbeit mit Datenerfassung. Ich kann jetzt sofort in die Räume reingehen und mit meiner Lichtplanung anfangen und meine Planung damit durchführen. Genau. Also auch die Etagenstruktur ist sozusagen vorhanden. Ich kann zwischen den Etagen umschalten. Ich habe die Stockwerksausgabe auch. Die Räume sind alle beschrieben, sind da. Wie gesagt, auch dann mit einem Profil, wenn man das gesetzt hat. Das erspart einem relativ viel Arbeit. Ja, und kann dann direkt loslegen. Beziehungsweise wenn wir schon Leuchten jetzt im Relux mit drin hätten, im Revit drin hätten, würden sie auch im Relux erscheinen. Und umgedreht, wenn wir jetzt hier Leuchten setzen, werden die auch im Revit erscheinen. Also das ist dann die Überarbeitungskette, die wir sozusagen mit dem Revit haben. Die sozusagen jetzt auch über Etagen mit derselben Struktur auf beiden Programmen nahtlos funktioniert. Das ist sozusagen sehr leicht ineinander übergreifend und wird auch von beiden Seiten sehr gut verstanden. Schön, dass die Treppenhäuser auch rüberkommen. Dass man die Treppen nicht nachbauen muss, sondern dass sie auch mit dabei sind. Ja, wohl bemerkt, das ist ein Standardprojekt von Autodesk. Das ist sehr gut gängig sozusagen. Also wir sehen auch im Revit ab und zu halt mal ein paar zerfallende Treppenhäuser oder Säulen, die nicht als Säulen klassifiziert sind. Und jetzt ist es fertig. Ja. Das waren jetzt die zwei Minuten. Das waren jetzt die Zeit, wie lange es jetzt gedauert hat, um es aufzumachen. Aber nichtsdestotrotz, was jetzt letzten Endes kommt, ist das, was wir jetzt hier gerade in diesem Projekt aussehen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal nach den Fragen. Genau. Die Zeit ist eigentlich gut vorangeschritten, dass wir mal schauen können, ob Fragen sind. Da ist etwas. Wir müssen es erst aus dem Voto. Okay, erste Frage. Wenn zwei Räume in einem Stockwerk nebeneinander liegen und zum Beispiel räumlich verbunden sind, werden dann die Lichtberechnungen gegenseitig beeinflusst? Das haben wir schon erwähnt. Die Frage kam eher, als wir es erklärt haben. Nein, die Räume beeinflussen sich gegenseitig nicht in voller Absicht, weil wir getrennte lichttechnische Instanzen haben, die jeweils ein eigenes Profil haben. Und man müsste dann auch in der Praxis sagen, okay, wenn jetzt die Räume sich gegenseitig beeinflussen, dass man sagt, okay, wenn du den Raum nutzt, muss in dem anderen Raum das und das eingeschaltet sein, damit du den Raum nutzen kannst. Das ist so, wie du es jetzt geplant hast. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn man das machen möchte, wenn man das aus ästhetischen Gründen zeigen möchte, dann muss man sich einrauben. Wir nennen das dann auch Szene. Das ist auch so ein schöner thermologischer Kniff, dass man sagt, ich mache eine Szene, wo man dann zwei Räume sozusagen nebeneinander stellt, wo man eine Trennwand dazwischen macht. Wir haben solche Objekte. Dann kann man dann ein Fenster oder eine Glarschabe dazwischen machen. Das hatten wir auch in der letzten Episode, letzte oder vorletzte Episode, mit den Materialien, mit den Bullschen Operationen kann man dann gewissermaßen sich dann im Raum Fenster oder Öffnungen definieren, wo dann natürlich dann auch wieder ein Lichtaustausch letzten Endes dann stattfindet. Und mit dem Red Tracing Modul kann man dann sozusagen auch die verschiedenen Glasmaterialien und Glasspezialitäten sich dann zusammenstellen als Materialien und auch sehen, wie das Licht dann auch von einem Raum zum nächsten rüberkommt und dann auch Rechenwerte bekommen. Aber wie gesagt, das ist dann etwas Spezielles. Im Standardfall ist ein Raum lichttechnisch entkoppelt von den anderen Räumen. Nächste Frage. Kann man sich denn inzwischen im Stockwerk die Watt pro Quadratmeter ausgeben lassen? Bisher hat das nicht für gedimmte Leuchten funktioniert. Reduzierte Leistung wurde nicht berücksichtigt. Also tatsächlich ist das etwas, was man noch ergänzen müsste, wobei man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Welche Informationen möchte man transportieren, wenn es jetzt darum geht, um irgendeine energetische Bewertung zu machen, ist natürlich wichtig, dass wir den DIM-Wert damit machen. Wenn wir es aber aus der Sicht einer Installation betrachten, muss ich die Installation immer auf die maximal verfügbare Leistung auslegen, um einfach nicht gewissermaßen Leitungen, Sicherungen etc. weiter. Also es ist einmal, was an Leistung ist installiert und dann eben, was in einer bestimmten Beleuchtungssituation dann tatsächlich drin ist. Da müssten wir tatsächlich noch ein bisschen ergänzen, sodass man vielleicht dann eben auch in der gedimmten Situation eben auch dann die Watt pro Quadratmeter in der gedimmten Situation dort noch ausgeben. Das Aktuelle ist eher so gewissermaßen, was ist meine, was ist die Anschlussleistung, die in diesem Raum vorhanden ist. Weniger, was dann tatsächlich in der aktuellen Situation ist. Das ist ein guter Input, ist aber gar nicht mal so einfach. Man hat es ja gesehen, wir haben da wirklich nur sechs, sieben Zeilen für eine Stockwerkansicht. Wenn wir alles da reinpacken, dann hat man quasi so eine A4-Seite pro Raum und dann hat man wieder die normale Ausgabe. Vielleicht kann man dann mit ein paar Optionen arbeiten, dass man dann sagt, okay, mich interessiert eher die Energie, mich interessiert eher die Photometrik, dass man dann vielleicht noch eine Wandbeleuchtungsstärke mit ausgibt oder sowas. Das ist so ein bisschen schwierig, das kompakt zu halten. Okay, nächste Frage. Kann ich in dem CAD-Plan einmal pro Stockwerk bearbeiten, sprich leer entfernen oder muss ich das in jedem Raum separat machen? Das geht stockwerkübergreifend. Also man kann, wenn man den CAD-Plan im Stockwerk zugeordnet hat, kann man sozusagen dort, wenn man da Änderungen macht, die schlagen sich auf die Räume durch. Wenn man das auf den Stockwerk reingeladen hat, man kann sich auch einen CAD-Plan, also man kann sich beliebig viele CAD-Pläne einladen. Man kann sich für jeden Raum einladen, wenn man jetzt da eine Bestudierungsvariante hat für jeden Raum, das geht. Man kann die einzeln weg- und anschalten für den jeweiligen Raum und man kann aber, wie gesagt, stockwerkübergreifend auch dann auf dem Stockwerk zugeordnet den CAD-Plan über die Räume sozusagen hinweg auch bearbeiten. Also viel kann man eh nicht bearbeiten an dem CAD-Plan, aber leer ausanschalten, Farben tauschen, das geht. Und man kann aber auch einzelne Pläne, also man muss aufpassen, wenn man jetzt den CAD-Plan in einzelnen Räumen geladen hat, dann kann man nur für diesen einen Raum das dann dort tun und halt nicht dann für das gesamte Stockwerk. Das ist ein bisschen fungelig manchmal, da muss man sich gut überlegen, wo bin ich jetzt eigentlich, ist der jetzt auf dem Raum, ist der auf dem Stockwerk? Also rein programmtechnisch sind die CAD-Pläne immer sozusagen einem Raum oder einem Stockwerk zugeordnet und sind da mit ihren Eigenschaften verankert. Hallo zusammen, ich habe immer Schwierigkeiten, einen dritten Grundriss-Stockwerk hinzuzufügen. Gibt es einen speziellen Trick? Eigentlich sollte es so funktionieren, wie ich es gerade eben gemacht habe. Wir hatten jetzt auch einen dritten Stock gehabt. Wir hatten jetzt, weil in unserem Beispiel waren auch drei Stöcke drin, wo es mit drei unterschiedlichen Plänen gearbeitet wurde. Ich muss gestehen, jetzt gerade für das heutige Veranstaltung habe ich immer nur zwei probiert gehabt. Ich werde es mal nachher noch mit drei ausprobieren. Wenn da ein konkretes Problem ist, einfach bitte mal direkt an Support schreiben und dann gucken wir uns das konkrete Problem vielleicht mal an. Am besten auch gleich, wenn es möglich ist mit den CAD-Zeichnungen, dass man das dann gleich nachvollziehen kann. Kann sein, dass auf dem dritten Stock sozusagen dann in der CAD-Plan irgendwas krumm ist oder der irgendwie anders gemacht wurde als die anderen. Normalerweise haben wir jetzt, sehen wir da kein Problem, da beliebig viele Stockwerke einzurichten. Ich habe selber auch mehrere dritte Etagen gemacht und es ging eigentlich immer sehr gut. Aber ich gucke auch immer vor die CAD-Pläne an im AutoCAD, muss ich auch dazu sagen. Die sind nicht immer so, dass die so direkt reinfließen. Da hat man immer noch mal ein paar Formatierungsprobleme. Aber meistens sind sie einfach zu groß. Das ist leider so. Es gibt alles, was sich DWG bezeichnet, gibt es weiter wahnsinnig viele unterschiedliche Varianten, Auslegungen, wie die Pläne angelegt wurden, was alles in die Pläne reingezeichnet wurde und solche Sachen. Das ist leider so. Jetzt auch hier für die Schule, das war ein großer Plan. Da waren sozusagen alle Etagen nebeneinander. Und wenn man das für einen Jogger separat haben möchte, die CADs, dann muss man sie sich auch vorher quasi zerteilen und dann die Etagen rauslöschen, die man da nicht drin haben möchte. Man kann natürlich auch einen CAD-Plan immer wieder laden, wo man auf verschiedenen Orten die Etagen sich abgreift. Aber das ist natürlich dann sehr schwer und groß, dieser CAD-Plan. Und das macht dann das Bearbeiten ein bisschen hakelig. Okay. Kann man Etagen wie bei einem richtigen Gebäude übereinanderlegen? Ich vermute jetzt mal, es geht darum, dass man einfach so eine Ansicht hat, wo man auch gewissermaßen die Etagen dann übereinander hat. Eine Gebäudeansicht. Eine Gebäudeansicht gewissermaßen. Da haben wir momentan eigentlich ganz bewusst drauf verzichtet, weil wir eben normalerweise, wenn ich das komplette Gebäude habe, also bei diesem Revit, habe ich beispielsweise so die Möglichkeit, so einen 3D-Schnittbereich einzublenden. So etwas müssten wir dann auch machen. Das ist nur momentan, das ist relativ sehr aufwendig. Und aus dem Grund fügt das nicht. Wenn wir sie jetzt einfach übereinander stapeln würden, hätte ich eigentlich keine Chance mehr, in die Räume hineingucken zu können. Aus dem Grund haben wir momentan uns entschieden, mal nur eine Stockwerksansicht zu machen, sodass ich eigentlich immer in der Draufsicht und in der 3D-Ansicht immer von oben gewissermaßen in das Stockwerk, in die einzelnen Räume hineinschauen zu können. Das ist im Prinzip genauso, wie wenn ich jetzt versuchen würde, drei CAD-Pläne, alle drei 2D-CAD-Pläne übereinander zu legen. Dann würde ich auch nichts mehr erkennen, nichts mehr benötig sehen können. Sicherlich ist eine Herausforderung noch für die Zukunft, eben auch ganze Gebäude dreidimensional bearbeiten zu können, aber derzeit leider nicht möglich. Dann, wie weise ich die Profile dazu genauso wie bei anderen Räumen auf? Man erzeichnet den Raum oder man erfasst den Raum und dann hat man in den Eigenschaften des Raums die Möglichkeit, das Profil auszuwählen. Auf der linken Seite in diesem Eigenschaftenbereich, da gibt es einen Button Profil oder Profil zuweisen und man geht einfach in den Raum, geht in die Eigenschaften rein auf der linken Seite und dann klickt man auf Profil zuweisen. Dann kommt man in diese Auswahlmaske, wo man sich dann die Norm und das Profil heraussuchen kann. Dazu gab es auch einen Button mit Relux. Am besten, wir hatten eins zur neuen Norm, zur 92464, da haben wir das sehr ausgiebig gezeigt mit den Profilen. Und etwas so, wie du diesen Raummanager, den wir gerade vorhin beim Revit gezeichnet haben, sodass ich ganz schnell eben allen Fluren im Profil und allen Klassenräumen oder allen Büros, Toiletten, gemeinsam schnell im Profil zuweisen konnte, da sind wir eigentlich gerade dran. Das haben wir im Desktop noch nicht drin, wollen wir aber drin haben. Wollen wir, sind wir ab. Hinweis, wie letztens bei deutschsprachiger Episode, bitte auch deutschsprachig, schon wieder. Das ist, das Relux Desktop ist in Deutsch heute, lediglich. Doch, stimmt, ja. Das war leider nur, war, das Revit in Englisch gewesen. Das Revit kann man auch nicht so ohne weiteres Grad so einfach die Sprache umschalten. Du musst die Instanz im Deutsch öffnen. Du musst in den Tiefen, du musst in den Tiefen von den Einstellungen, muss man das umstellen. Das war jetzt gerade leidig auf dem Rechner auf Englisch eingestellt. Wir sehen es hier gerade noch, das Desktop war wirklich in Deutsch heute mal. Das Desktop war heute in Deutsch. Wir müssen es dann für Englisch auf Englisch umschalten, wir haben nicht vergessen. Nicht, dass Sie sich denn beschweren, dass es deutsch aussieht. Kann ich auch IFC-Modelle einlesen? In Revit, ja. In Revit, ja. Wir arbeiten uns noch daran ab. Also wir beschäftigen uns mit IFC nicht primär für Relux Desktop, sondern auch für andere Sachen. Ist IFC ein sehr gutes Transportmedium, um Räumlichkeiten zu übertragen. Man kann sagen, wir arbeiten dran, wir schauen uns das an. Wir haben auch ein paar kleine Experimente dazu gemacht, aber wir sind noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir gehen damit nach draußen. Das ist alles noch sozusagen Entwicklungsumgebung, wenn wir so weit sind und wenn wir das Gefühl haben, ja, das funktioniert richtig gut. Also sofern es halt mit IFC überhaupt sozusagen immer stringent funktionieren kann. IFC kann sozusagen alles und nichts beinhalten. Es ist halt ein relativ umfangreiches, offenes Format. Aber wenn wir das Gefühl haben, es funktioniert, dann wird es auch im Desktop für alle zugänglich sein. Wie kann man umstellen? Wenn man am Anfang den CAD importieren als Einzelräume ausgibt und möchte später Stockwerke definieren. Also grundsätzlich kann man auch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt noch ein Stockwerk hinzufügen, dann die Räume in das Stockwerk verschieben. Eventuell muss man dann noch die Positionen im Stockwerk korrigieren. Aber grundsätzlich geht es auf diesem, auf dem Weg geht es natürlich dann auch. Ich habe die Frage eher auf den CAD-Plan, ob man den nochmal neu einlesen muss und auf dem Stockwerk, wenn man den jetzt aus Versehen auf den Raum eingelesen hat. Ich glaube, verschieben kann man den, glaube ich, nicht. Ich würde nochmal neu einlesen auf dem Stockwerk, um sicher zu gehen. Also per Track und Drop geht das, glaube ich, nicht, dass man den da, weil der hängt ja in dem Raum drin. Ja, das stimmt, das geht natürlich nicht. Okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Dann am besten Sie nochmal auf den Stockwerk einlesen. Die nächste Frage ist nochmal diese Gesamtübersicht, dass man das Gebäude sehen kann. Das haben wir gerade eben schon beantwortet. Das würde gerade nicht gut aussehen, wenn wir das machen würden. Wir hätten einfach nur die ganzen Schuhkartons dann in einem Würfel. Wie heißt die Software, mit der man den Maus zeigt? Das heißt Maushighlight. Maushighlight auf Englisch geschrieben. Das ist, glaube ich, im Windows App Store enthalten. Genau, Maushighlight zusammen geschrieben. Ist gratis. Wo waren wir jetzt? Das sind viele Fragen heute. Wir werden eigentlich alle schaffen, schon mal vorausgestellt. Wir können das auch so ein paar wenige Minuten noch ein paar machen. Also wie kann ich den neu angelegten zweiten Raum verschieben? Bei mir liegen die beiden Räume übereinander. Da muss man in die Stockwerksansicht gehen. In der Stockwerksansicht den Raum anklicken und dann sieht man eigentlich das Verschiebe-Koordinatensystem, mit dem man es verschieben kann. Eventuell mal ein bisschen aufpassen, je nachdem. Wenn man da jetzt mit Plänen oder so etwas, dann haben die als manchmal einen relativ großen Offset. Da mal ein bisschen raus scrollen, ob die nicht irgendwo außerhalb des Raumes liegen. In diesem Kontext haben wir auch noch etwas Optimierungspotenzial, wo wir in der Zukunft das noch ein bisschen... Ja, man kann auch das in den Eigenschaften machen. In den Eigenschaften hat man auch, also in der Stockwerksansicht hat jeder Raum auch die Eigenschaft einer Position. Da ist dann eine Null drin und da kann man auch numerisch dann eine Zahl eintragen. Das geht genauso gut, wie jetzt mit der Maus die Position zu verschieben. Hallo, zusammen, wie ist das mit den Treppenhäusern? Können Treppenhäuser geschossweise so dargestellt werden, dass es sich allen Raum sowohl die Räume über Stockwerke erstellt werden, sprich beispielsweise über drei Stockwerke? Das ist tatsächlich, also Treppenhäuser ist tatsächlich da eine relativ knifflige Geschichte. Aktuell würden wir oder würde ich jetzt empfehlen, quasi auf der untersten Etage quasi einen sehr hohen Raum zu haben nachher, wo dann halt eben die einzelnen Etagen als Zwischenböden gewissermaßen eingezeichnet sind. Es ist tatsächlich auch in jeder anderen CAD-Software stellt das ein ganz spezielles Problem letzten Endes dar. Ja, ich würde es genauso machen. Ich würde auf einer Etage mutmaßlich dann dem Erdgeschoss quasi einen sehr hohen Raum machen, der halt dann nur im Erdgeschoss mitspielt und da mein Treppenhaus sozusagen hineinbauen und planen und halt dann die anderen Geschosse haben dann einfach nicht diesen Treppenhauskorpus. Das ist halt dann für mich ein Raum, der halt auf dem Erdgeschoss mit drauf liegt. Oder man kann auch ganz oben einen Raum machen, der jetzt dann da unten sieht, glaube ich, dann ist, glaube ich, irgendwie logischer. Und dann ist aber auch alles dabei. Da hat man quasi den Raum über alle Etagen erfasst und ihn geplant und die Leuchtenanzahl stimmt auch am Schluss. Das ist, glaube ich, so der Stand. Das Selbstbild hat man auch in BIM-Software etc. Das ist wirklich tricky. Also gerade aus einer Lichtperspektive. Aus einer architektonischen Perspektive ist das auch nochmal ein bisschen anders, auch tricky. Aber im Licht muss man darauf aufpassen, dass das wirklich alles erfasst ist und alles auch hell genug ist. Wie tausche ich einen CAD-Plan im Geschossmodus? Meine Erfahrung sah bisher so aus, dass der Plan wird im Geschossmodus, aber auf Raumebene bleibt der alte Raum und müsste jeden Raum nochmal tauschen. Und da haben wir diesen Dialog, den wir da gerade vorhin kurz drüber geredet haben. Da haben wir dummerweise jetzt gerade vergessen, den zu zeigen. Es gibt bei den Eigenschaften... Genau, in einem Raum. Man rechts klickt auf die Eigenschaften und da gibt es eine Eigenschaften, die nennen sich CAD-Pläne im Deutsch. Und da hat man die Möglichkeit, da sieht man erstmal alle CAD-Pläne, die in der Szene oder in dem Projekt mit dabei sind. Und dann kann man den da austauschen und entfernen. Also entfernen oder austauschen. Und dann wird er auch in allen Szenen, wo er verwendet wird, dann eben entsprechend mit ausgetauscht. Wenn es nicht gefunden wird, auch bitte nochmal einfach da einen Support schreiben, dann machen wir da nochmal die detaillierte Anleitung. Die nächste Frage ist wieder mit den Treppenhäusern. Da eine persönliche Anfrage. Von mich, ja. Letzte Frage, aber auch dann müssen wir wirklich dann Schluss machen. Gibt es die Möglichkeit, zwei Stockwerke übereinander von außen zu betrachten? Ähnlich Dialogs zum Beispiel, Foyer über zwei Stockwerke, Lars. Nein, also wir können nicht mehrere Stockwerke gleichzeitig uns anschauen. Immer nur ein Stockwerk. Sonst würde es auch komisch aussehen. Wir haben nicht die Chance, sozusagen da die Sichtbarkeit großartig zu steuern. Da müsste man so mit Schnittbereichen arbeiten oder müsste erlauben, blende jetzt mal alle Wände, die Richtung Kamera gehen aus. Solche Features gibt es im Revit, wo man da eine Sichtbarkeit sich dann, eine Durchdringung über mehrere Stockwerke sich erlauben kann. Diese Werkzeuge kann man halt momentan nicht drin haben. Man könnte sozusagen, man könnte das faken, wenn man das unbedingt wegen der Darstellung haben möchte, dass man dann sozusagen auf einem Geschoss mehrere Räume mit verschiedenen Höhen irgendwie sich da zusammenbaut oder halt so ein Treppenhaus dann höher werden lässt. Kann man die Verschiebung auch in den Z-Koordinaten machen von den einzelnen Räumen? Oder sind die auf XY? Momentan liegen sie. Und das wäre jetzt aber nicht das Problem. Allerdings haben wir einfach auch die, was man meistens dann in solchen Situationen tatsächlich, das stellt auch hier eine Frage, wenn man möchte eigentlich diese Außenansicht gewissermaßen irgendwie nachschütteln. Und da wird es eben problematisch, weil man dann auch diese Gesamt, was wir momentan machen, wir definieren einfach einen Raum über die Innenkante des Raumes. Wenn man das jetzt komplett machen wollte, müsste man auch noch mit berücksichtigen, dass es beispielsweise unterschiedliche Wandstärken gibt. Die Innenwand ist halt eben nur ihre 10 oder 20 Zentimeter Wanddicke, während es eine Außenwand plötzlich irgendwie 60 Zentimeter Wanddicke hat und solche Dinge. Das kann man so einstellen. Uns fehlt einfach die Außenkontur. Also wir haben sozusagen im Relux momentan keine Außengebäudekontur für die Etage drin. Wir haben sozusagen nur die einzelnen Räumlichkeiten von innen heraus gedacht und nicht von außen drauf geschaut. Das ist der Unterschied. Und man sieht sozusagen nicht die Außenfassade. Wir haben sozusagen kein Fassadenwerkzeug, wo man sich die Fassade sozusagen geschaltet. Man kann es in einem Außenszenen machen. Da kann man in den Außenszenen dann nur die Fassade machen. Die spielt aber dann nicht zusammen mit den Räumlichkeiten. Das ist dann die Grenze im Sinne von lichttechnischen Einheiten gedacht für eine Darstellung. Klar wäre das manchmal nicht schlecht, dass man da sozusagen von der Fassade auch durch ein Fenster in den Raum reingucken könnte etc. Aber das ist ziemlich gebastelt. Also wenn man das wirklich möchte, kann man sich das basteln. Dass man dann wirklich in einer Szene wiederum dann, die lichttechnisch zusammenhängt, ist dann wirklich mit 3D-Objekten dann sich das zusammenbastelt. Aber das ist dann lichttechnisch dann nicht in einzelnen Räumlichkeiten durchgehoben. Es ist ein bisschen schade. Wir haben jetzt wirklich hier eine ganze Menge Fragen. Wir können noch fragen, aber leider geht uns ein bisschen die Zeit aus. Ja, es ist vorbei. Die Zeit ist rum. Aber immerhin scheinen wir da wirklich auch doch ein Thema gehabt zu haben. Auch der Input ist sehr gut. Das ist sehr nützlich zu sehen, was alles noch so gewünscht ist. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir da noch das eine oder andere wirklich optimieren können. Und da werden wir auch dran arbeiten. Richtig. Was noch zu sagen bleibt. Unser Büro ist über die Feiertage, also zwischen den Feiertagen geschlossen. Also vom 26. bis zum 30. Dezember ist unser Büro zu. Das heißt auch inklusive Support. Nicht erschrecken. Also der Support macht auch Urlaub vom 26. bis zum 30. Dezember. Wir sind am Montag, den 2. Januar wieder alle da. Auch der Support wieder. Und wer sozusagen Support-Probleme oder Bedürfnisse hat, wir haben eine relativ große Wissensdatenbank auf relux.com slash support. Da kann man sozusagen sich dann versuchen, selber zu helfen. Oder man schaut sich alle möglichen Videos an über Relux, wenn man da nicht weiterkommt. Wir machen im Januar gleich wieder weiter. Also wir machen, klar wir machen auch Weihnachten, aber wir machen dann gleich im Januar und zwar am 18. Nee, pardon, am 19.1. soll es dann schon weitergehen. Mit einem Thema, das haben wir uns jetzt frisch überlegt, dass wir über Ansichten im Relux Desktop reden wollen. In unserer ersten Episode nächsten Jahr. Dass wir dann alle möglichen Ansichtsfenster-Optionen, da gibt es eine ganze Menge, was die meisten Leute wahrscheinlich nicht kennen werden. Dass wir da mal in die Tiefen abtauchen. Und da mal, genau. Ja, ansonsten unter relux.com slash fun findet man sozusagen all die Episoden aus diesem und aus den letzten Jahren. Und ja, und auch diese Folge sozusagen wird dann auch da reingestellt. Und man kann sich dann ab nächster Woche vermutlich dann auch schon für die Januar-Episode anmelden. Das geht jetzt noch nicht. Die sind noch nicht sozusagen live. Die werden jetzt erst noch in den nächsten Tagen eingestellt, die nächsten Episoden für nächstes Jahr. Ja, und das ist alles, was ich hier auf meinem Zettel noch habe. Ja, dann bleibt uns nur, euch schöne Feiertage zu wünschen. Erholt euch gut. Guten Rutsch kommt gut rüber ins nächste Jahr. Genau. 2023. Und wir freuen uns drauf, euch nächstes Jahr wieder zu hören, sehen. Ja, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Tschüss. Macht's gut. Oh, shit. Ja, frohe Weihnachten. Genau. Tschüss. 스혐.